Und wie angekündigt hat Hyundai Ihnen präsentiert den Kona Electro und darunter versteht man ein elektrisches BSUV und wenn wir da richtig informiert sind, ist Hyundai da wirklich aktuell der erste in diesem BSUV-Segment, das unter anderem stark gesteuert wird vom Renault Captur. Dabei bietet Hyundai die Elektro-Version des Kona in zwei Stufen an, einmal mit 99 kW, wobei daran gekoppelt ist die kleinere Batterie mit 39 kWh und eine größere, eine stärkere Variante mit 150 kW im Motor, die hat dann auch eine 64 kWh Batterie im Boden verstaut. Laut WLTP schafft es dann die kleine Version rund 300 km rein elektrisch und die große kommt laut WLTP 480 km weit. Der Top-Motor bringt es dann in 7,4 Sekunden auf 100 kmh, wohl auch dank des starken Drehmoments von 395 Nm. Die im Unterboden verstauten Lithium-Polymer-Batterien sollen laut Hyundai an einer 100 kW Ladestation schon in 54 Minuten auf bis zu 80% voll geladen sein. An einer heimischen Wallbox soll dann die kleine Version in 6 Stunden komplett voll geladen sein und die große braucht 9,5. Insgesamt bietet man den Kona Elektro in 21 verschiedenen Farbkombinationen an. Optisch differenziert sich das Elektromodell besonders an der Front durch die geschlossene Frontschürze, aber auch zusätzliche Aero-Elemente, um Verwirbelung an den Fronträdern zu verhindern. Im Cockpit ist dann alles komplett digital organisiert. Großer Touchscreen, großes digitales Cockpit. Optional gibt es noch ein Head-Up-Display und das Shift-by-Wire-System ist beispielsweise in der Mittelkonsole. Nur noch über Knöpfe realisiert, am Lenkrad findet man noch Schaltpedal, um etwa die Rekuperation zu steuern.